Der Breitmann ist zwar seit elf Tagen vorbei, aber das Wochenwort für diese Woche greift das Thema wieder auf. Gewollt. Ich darf so bleiben, wie ich bin. So, wie wir sind, sind wir von Gott geschaffen und gewollt, gut geschaffen. Und das gilt ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung. Und weil wir so von Gott geschaffen sind, dürfen wir so bleiben, wie wir sind. Ja klar, wir können immer an uns arbeiten und unsere von Gott gegebenen Gaben nutzen und ausbauen. Aber wir müssen keine Angst haben, dass wir vielleicht nicht gut genug sind oder zu anders oder was auch immer. Und das kann vielleicht auch dem Selbstoptimierungswahn ein wenig wehren. Unsere von Gott gegebenen Gaben nutzen, aber auch akzeptieren, was er anderen gegeben ist. Das gilt für jede und jeden von uns und für alle anderen auch. Gewollt. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Du darfst so bleiben, wie du bist.